Für das Reich! Informieren Sie die Schiffswerften, dass Sie Ihre Produktion erhöhen müssen. Das war nur der erste Angriff. Wenn die Borg zurückkehren, werden Sie stärker sein. Klingonenkrieger, sorgen wir dafür, dass Sie sich in Ihren Liedern an diesen Tag erinnern. Zu den Toren des Doverkorn. Zerstören Sie alle Borg in diesem Sektor, schützen die Klingonisch-Sternbasis und Matok musste überleben. Das machen wir doch. So, zu den Toren des Doverkorn wollen wir mal beginnen. Also, Schritt 1. Die schicke ich schon mal hier rüber. Zusammen mit Matok. Hier, platziert euch da. Du baust mir eine Werft. Genau hier. Du baust mir drei weitere Delizium-Frachter. Und die werden gleich dahinten. So. Jetzt aber. So, euer Befehl ist... Patrouillieren. Auf dem Weg. Ihr sollt erst mal nur hier warten. So, da haben wir die ersten Schritte schon mal getan. Sobald ich die Werft habe, wird das glorreiche Klingonische Imperium erst mal was für die Forschung tun. Wir wollen ja den Borg mal richtig gepflegt in den Allerwertesten treten. Wir wollen ihn in einen ehrenvollen Tod bereiten, ne? Ihr siegt wie Krieger, meine Freunde. Ihr siegt wie Krieger. Ich will so ein Gerede von sterben nicht hören bei euch. Gleich Reparaturen. Und hier ist der Punkt, wo ihr euch sammeln sollt. Wir bauen Nummer 4, Bird of Grey. Du baust mir eine Waffenstation. Die bauen wir hier. So. Die Lithium-Frachter sind wichtig. Die werden das verstärken. Wenn wir das haben, werden wir auch gleich die, das Limit erhöhen. Unsere Basis wird angegriffen. Wir sterben wie Krieger. So, wir wollen die ja möglichst schnell wegpusten. Für Kales. Pingan-Chi. So, du gehst gleich in Reparatur. Wir wollen ja keine Schiffe verlieren. Wir brauchen Reparaturen. Wenn man das ein bisschen geschickt macht, verliert man am Anfang keine Schiffe. So. Warum hier drei? Da entstehen keine Lücken bei der Produktion. Da wird lückenlos abgebaut. Das ist gut. Das ist wichtig. Wir haben ein neues Ship für die Flotte. So. Die Waffenstation haben wir. Polaron-Torpedo will ich haben. Und wir bauen jetzt schon eine zweite Werft. Wir haben jetzt eine Flotte, die verteidigt. und eine bereit für den Angriff. Das werden wir gleich mal nutzen. Wir haben hier angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. Die Schlacht hat begonnen. So, hier hinten werden wir gleich Verstärkung brauchen. Schiffsbau hat begonnen. Das wird unser großer Tag. Ja, gucken wir uns hier oben mal um. Auf dem Weg. Was haben wir denn da? Eine erste Waffenplattform. Hier haben wir schon mal weg. Oh, Leute. Was soll denn das jetzt werden? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Neue Station ist fertig. So, jetzt die Station hier weg. Die Schlacht hat begonnen. Für Kales. Ist das ein Scherz? Das wird unser großer Tag. Bevor sie hier irgendwas abbauen können. Jetzt die Station weg. Du produzierst mal hier. So, du hast alles für da hinten gebaut. Du baust mir jetzt mal hier ein paar größere Brötter. Und die 1. Damit haben wir die erste Bordbasis schon mal weg. Das wird unser großer Tag. Und du mein Freund? Braust mir hier eine Delizium Raffinerie. So, und wenn wir die zweite Flotte zusammengezogen haben, greifen wir die nächste Basis der Bord an. Und wenn das ein bisschen zügig geht, nur das ist ein nettes Spiel. So, Forschung haben wir frei. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. So, wie schaut es hier hinten aus? Ihr patrouilliert noch. Keine Schäden großartig. Ihr geht jetzt auch mal auf Patrouille. Na, was haben wir denn hier? Da unten war auch noch. Die habe ich schon ganz vergessen gehabt. Das trifft sich doch gut, dass die Flotte gerade fertig geworden ist. Ein bisschen mehr Pepp in die Stimme bringen, mein Freund. Ein bisschen mehr Pepp in die Stimme. So, die großen Fette arbeiten da. Wir produzieren weiter Birds of Prey. Wir produzieren weiter die großen Fette. So, die Schiffe müssen ja hier noch ein bisschen aufpassen. So, dann können wir das hier auch wegfragen. Wie sieht es aus? Gleich fertig. Ja, kommt ja gleich. Kommt ja gleich. Entspannt euch. 250 Delizium. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genügend Ressourcen. So, euch schicke ich mal zur Reparatur. Da haben wir das nämlich auch frei. Schiffsbau hat begonnen. Und so fegen wir die nach und nach von der Karte. Man muss die ständig unter Druck setzen. Wir sind Klingonen. So, die reparierte Flotte ist gleich bereit. Ja, scheiße. Das mögen die Borg nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. So, wir bilden hier raus. Mal wieder. Eine schöne Flotte. Die kamen von hier. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. So, dann gucken wir uns doch mal hier um, ne? Wir haben nicht genügend Ressourcen. Aber was haben wir denn hier? Wir haben nicht genügend Ressourcen. So, dann machen wir das auch. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Schau, lebe ihn um raus, okay? Auf dem Weg! Du siehst dich mal da oben aus. Du siehst dich mal da oben um? Meine Güte. Deutsche Sprache. Schwere Sprache, Saal Spaß, Herr Stuymer. Vom. Die weapons海 Patrioten sind oft drin. Ich verteidig' durch Sch Saudis. So, das hätte mal ein... Die wollen da oben angreifen, wir schicken noch mal ein paar Schiffe dahin. Wir suchen uns unser nächstes Ziel gerade. So, die haben wir abgewertet. Ja, einen Schiff haben wir verloren. Ärgerlich, aber kann man mit leben. So, guck dich mal hier in der Mitte um. Die Schlacht hat begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Flotte 1, Flotte 2. Die schicken wir mal beide hier hin. Da sehe ich ja gleich, ob hier was ist. Boah, ich vermute stark. Jawohl, ja. Nicht abgebaut. Doch, da. Beide flotten da hin. Und hier bauen wir eine Lithium-Raffinerie hin. Ignoriert die Schiffe. Ich will, dass ihr hier oben im Einsatz seid. So, jetzt geht's rund hier. Haben wir nämlich eine Werft. Und die Werft ist weg. So muss man mit dem Borg umgehen. So muss man mit dem umgehen. Vergeltung. Der Sieg wird unser sein. Unsere Basis wird angegriffen. Totentfalt. Reicht das? Müsste eigentlich reichen von den Geschützen her. Neue Station ist fertig. Die Schlacht hat die... Und da haben wir unsere nächste Delizium-Raffinerie. Sofort. Gardama-Gao. Sofort. So, Tarnung an. Du siehst dich da um. Tarnung an. Du siehst dich hier oben um. Und wir produzieren weiter fleißig Schütter. Neue Station ist fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Sofort. Stationsbau wurde begonnen. Meine Güte. Wie lange halten die denn durch? Wir haben ein neues Shit für die Plotte. Was haben wir denn hier? Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Shit für die Plotte. Neue Station. Dann kannst du dich mal hier platzieren. Twingan-Chi. Tadama-Gao. Hier fliegt mir mal schön da hinten hin und holt euch die Station noch. Twingan-Chi. Sieht doch gut aus. Wir haben ein neues Shit für die Plotte. Sofort. Ja, da wissen wir, wo wir Unimatrix 001 finden. Wir haben ein neues Shit für die Plotte. Also hier für den Sektor. Jetzt, da fehlt noch zwei Schiffe noch. Wir haben sie so in die Ecke gedrängt. Wir sind vollständig. Das war die Flotte Nummer 3. Sofort. Burg. Unnütziges. Und? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sehr schön! Haben wir auch von hier da rein? Ne, man musste wirklich hinten rum. Bringen Sie uns näher! Tadamagao! Twinganchi! Twinganchi! Der Sieg wird unser sein! Bringen Sie uns zur nächsten Werft! Erstmal alles zurück. Wir ordnen uns neu. Das wird jetzt neu sortiert. Da sind die tatsächlich durch den roten Nebel eiskalt geflogen. Sofort! Ja gut, wir müssen jetzt, wir müssen hier hinten durch. Die erste Flotte ist ja bereit. Die setzen wir hier am Eingang dann schon mal ein. Hier unten ist alles weg. Die Lithium haben wir ohne Ende. Schiffe können wir neu produzieren, bis wir lustig sind. Wie wir lustig sind. Jetzt reparieren wir noch ein paar. Dann bauen wir zwei große Flotten auf wieder. Und dann rein da. Und dann zeigen wir denen mal, was Klingole von Widerstandesweck loshält. Ich bitte euch. Tadamagao! Daaaah! 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 Wir haben ein neues Ship für die Flotte! Die Schrift hat begonnen! Twinganchi! Bringen Sie uns zur nächsten Darts! Verflucht! Wir haben ein neues Ship für die Flotte! Das wird unser großer Tag! Gut, das wird die neue Nummer 1! Neue Richtung! Bringen Sie uns näher! Wir haben ein neues Ship für die Flotte! Jetzt machen wir die zweite Flotte neu fertig. Wir haben ein neues Ship für die Flotte! Da kommen die Reparaturen zurück. Für Carles! Zwei Schiffe brauchen wir noch. Da haben wir die zwei Flotten vollständig. Jaaa! Und die dritte Flotte. Bringen Sie uns näher! Die können wir dann auch gleich nachführen. Jetzt gibt es ein Dauerfeuer! Das wird unser großer Tag! Das wird unser großer Tag! Wir haben ein neues Ship für die Flotte! Wir haben nicht genug Krieger! Oh, was haben wir denn hier? Der Weg wird unser sein! Sofort! Die Schrift hat begonnen! Die hätte ich ja beinahe übersehen! Meine Freunde! Jaaa! So! Immer drauf! Hier! Immer drauf! Der Sieg wird unser sein! Twing-Gun zu! Sofort! Tadamagao! Totsipp! Totsipp! Joa, jetzt müssen wir hier oben aber alles haben. Kann ja mal vorkommen! Tadamagao! Kann ja mal vorkommen, dass man irgendwas übersieht. ihr macht euch schon mal auf den weg ja wir müssen jetzt hier warten bis wir neue besatzungen haben ja das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus jetzt kommt man das nämlich schön abräumen der sieg wird unser sein der sieg wird unser sein ich nicht mehr genau daran erinnern kann wo hier welche basis ist so haben wir das weg jetzt können wir nach und nach auf jagd gehen na was haben wir denn da wolltest du etwas bauen jetzt beginnt natürlich das lustige finde das letzte schiff jetzt haben wir mal glück dass wir da gerade ein schiff haben ansonsten muss man alles noch mal absuchen ist so eine designsünde die früher gerne mal gemacht wurde ich hoffe das ist das letzte ist natürlich noch nicht das letzte da er aber hierhin wollte vermute ich mal dass hier eine flotte irgendwas mal ist sofort nee da ist nichts so jetzt schicke ich nämlich alle schiffe rum alles absuchen hier hätten wir auch noch die lithium gehabt aber wie ihr gesehen habt ich habe ja mehr als genug der sieg wird unser sein also die lithium waren von anfang nicht mehr mein problem wo ist das letzte schiff der sieg wird unser sein da haben wir es wir sterben wie krieger die schlacht hat begonnen vergeltung kanzler martoc alle borgschiffe in diesem sektor wurden zerstört wir haben gesiegt damit gehört dieser tag uns kontakten sie die heimatwelt finden sie heraus warum die unterstützung nicht eingetroffen ist und schicken sie eine nachricht an die föderation informieren sie sie dass kanzler martoc die borg aus dem gamma eridon system vertrieben hat so und die nächste runde verteidigen wir uns dann gegen die angriffe bis zum auf eintritt aber wie gesagt das sehen wir dann nächste woche mittwoch vielen dank fürs zusehen ich verlinke euch hier nochmal zwei videos guckt euch an viel spaß damit lasst doch ein abo da hebt lange im frieden haut rein